So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch am Donnerstag. Wir haben hier die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann wieder der Schocker der Woche. Und heute ist nicht nur irgendein Donnerstag, denn der Ditchen hat heute seinen Spendablen. Für die ganze Zeit, wo ihr hier rumhaust und wohnt und sonst was, möchte er sich heute bedanken. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit. Es geht gleich weiter. Wir müssen gleich wieder los. Das heißt, der Bene will nachher noch vorbeikommen. Wir wollen da was testen für Ramses Kitchen. Wir wollen da einen Döner kaufen, also drei Döner kaufen für jeden einen. Wollen die pürieren und mit irgendeiner Flüssigkeit vermischen, dass das dann ein Döner-Shake ist zum Trinken. Das aber dann bei Ramses Kitchen bzw. auch beim Manns-Haulwurf auf dem Kanal. Nicht Hans-Maulwurf, sondern Manns-Haulwurf. Das ist der Kanal von Bene. Das seht ihr damit insoweit. Das werde ich dann verlinken. Jetzt aber die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Liquid Ghost mit einem Shiny Ilumise. Ihr wisst ja, da war ja dieses Buddy-Event, da konnte man die natürlich bekommen. Ilumise und auch Wolbeat als Shiny. Er hat ja eins abgestaubt. Annika hinterher auch ein Shiny Wolbeat bekommen. Bob Sorob mit einem Shiny Barsch war der Brain. Aus Thema hat seine 13.000 Evoli Bonbons vollgemacht. Ich habe die immer damals rausgeschmissen zum Entwickeln. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Evoli Bonbons ihr momentan habt. Das wäre bestimmt interessant. Dann Terrorzicker auch mit einem Shiny Ilumise. Dann haben wir einen richtig fetten Spot gefunden. Für alle Spoofer unter euch sind hier sogar Koordinaten bei dem Build dabei. Let's lure it up. Lots of Event Spawns plus It's a Seal Nest. Das war also ein Europe Nest zu dem Zeitpunkt, wo es gepostet wurde. Wurde mir auch nur geschickt, also in einer Gruppe angezeigt. Habe ich mal mit reingenommen, weil ich einfach zeigen wollte, wie es an anderen Plätzen der Erde aussehen kann. Da gab es eine Riesendiskussion, wie man das macht. Das ist doch fake, als ob die Pokestops alle so nebeneinander platziert werden können. Aber das ist bestimmt schon seit Anbeginn der Zeit so. Mittlerweile wäre das bestimmt nicht mehr möglich mit einreichen, dass ihr das genau so hinbekommt. Sieht auf jeden Fall aber genial aus. Auch beim Bobserob hier, Shiny Vollbeat. Der Kenny hat ein bisschen getradet, hat hier ein 100%iges Voltula bekommen. Sieht auf jeden Fall auch heftig aus. 1260, ist ein cooles Pokémon, wie ich finde. Die Farbe gefällt mir auch. Ich bin mal gespannt, wie da das Shiny aussieht, wenn das irgendwann mal ins Spiel kommt. Dann der Dennis Weigel, ja moin, 100% Vollbeat. Vollbeat, schönes Ding, Shiny Vollbeat. Kenny, eine Sitzung heute zu Ende gegangen. Der hat 126 Tage in einer Arena gesessen. Hat die natürlich dann auf Gold. Ihr braucht ja ungefähr 14 Tage, glaube ich, am Stück, um die auf Gold zu bekommen. Oder war es 21? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Der hat auf jeden Fall da irgendwo gesessen. Ist rausgekickt worden. Aber 126 Tage am Stück ist schon eine gute Zeit. Tobi, auch endlich ein Shiny Ilumise bekommen. Bobserob, Shiny Evoli. Night Alex hat sein Despo da, sein erlöstes Despo da, jetzt zum Best Buddy gemacht. Da fehlt natürlich noch was. Ihm fehlen nämlich Bonbons. Habe ich trotzdem mal mit reingenommen. Bockwurst King, das ist mega ärgerlich. 98%iges Praktiball. Ihr wisst ja, der Bockwurst King ist der einzige, von dem ich überhaupt 98er noch mit reingehe. Natürlich 14 Angriff. Deswegen ist es ja so ärgerlich. Wenn es 15, 15, 14 wäre, wäre es trotzdem noch richtig genial. Nebels, wer ist der Boss? Und die Frage kann ich nicht beantworten, weil vielleicht ist Farbigel ja auch der Boss. Aber er meint bestimmt, dass guck mal da, was so komisch guckt. Guck da. Wir machen trotzdem einfach weiter. Bockwurst King ja auch mit. Fuck Corona. Richtig nices Shirt. Werden die einen sagen. Ich sag so, muss man nicht unbedingt haben. Okay. Nebels noch mit einem Shiny Barsch war. Dann gab es die Medaille für die Abra Spezialforschung. Am Abra Community Day. Wo ich mich eher wundere, dass wirklich für 99 Cent eine Spezialforschung zu haben war, erhältlich war, für die es auch eine Medaille gab. Also man hat sonst so 8 Euro bezahlt, um ein Event zu haben mit Medaille oder 20 Euro, um eine Safari zu haben mit Medaille. Aber für 99 Cent eine Medaille macht sich auf jeden Fall gut im Profil. Glückwunsch an alle, die die bekommen haben. Gestern Abend auch endlich das erste bekommen beim Alex Hoffi. Shiny Barsch war Andi. Der Tauschgott zeigt uns hier der Extreme. Hat ein 100% Riolo bekommen durchs Traden. Lili Reh mal getauscht. Und dann sowas. 100% Ilumise. Plus. Und noch eins. Nur diesmal glücklich. 100% Lucky Ilumise. Bobs and Robb. Shiny Barsch war Lili Reh. Das ist dann die Krönung des Tages. Noch ein Shiny Ilumise. Also jetzt hat sie alles. 100er. Lucky 100er. Und ein Shiny. Jetzt bräuchte sie noch ein Shiny Lucky 100er. Dann wäre es wirklich perfekt. Bockwurst King mit Shiny Griffel. Bockwurst King mit 98er. Vollbi. Fischi mit einem Alola Mautzi. Was er wohl glaube ich aus der Quest hat. Gibt es ja nicht wild, oder? Aber aus der Quest kann man die gerade rausfischen. Also Shiny Alola Mautzi. K-Joker Nummer 1. Beim Abra Seaday hat er sich ein Shiny Abra gegönnt. Kotbrot hat 100%. Pinsie erlöst. Bockwurst King zeigt uns auch, dass es das Abra als Photoshop Bob gab. Natürlich wie wir wissen jetzt bis zu 5 mal. Konntet ihr am Abra Seaday also die Fotobomb machen. Habt garantiert immer ein Abra bekommen. Und ein Abra ist aufgetaucht auf dem Bild. Vorbelastet. 100% Abra. Liquid Ghost hat einen Shiny Blumenkranz Toggebi geschlüpft, gebrütet. Dann Lilian Rasur. Die hat ja den Vogel abgeschossen. Hat 26 Shinies am Seaday bekommen auf ihrem Account. Das ist also richtig krass. Bockwurst King zeigt uns alle guten Dinge. Sind drei. Er hat einfach drei Shiny Abra hintereinander bekommen. 15, 59, 59 und 16 Uhr. Das ist auch krass. Und nach dem Seaday beim Liquid Ghost auch ein Shiny Barschwar. Vorbelastet. Shiny Yorclef. Brine. Nicht Brain, sondern Brine. Gerade geschlüpft. Shiny Barschwar. Bockwurst King als Belohnung der Battle. Der Battle-Licks, Alter. Kennst du Battle-Licks? Shiny Meryl. Pascal mit einem Shiny Abra. Pokéfreak Red. Shiny Ilumise. Shiny Barschwar. Hat auch noch ein Bild geschickt. Ich soll keine Barschwar mehr anklicken mit Bart Simpson. Ihr wisst ja, bei jeder Folge am Anfang der Simpsons wird immer angezeigt. Hier wird aber gar nichts angezeigt. Wo ist denn die Uhrzeit hin? Also sonst zeigt es immer, wie lange er es gerade aufnimmt. Ich hoffe, das nimmt auch gerade auf. Sonst habe ich den Brettschiss. Brettschiss man hart. Bei jeder Folge der Simpsons wird natürlich am Anfang immer was an die Tafel geschrieben. Das passt auch sehr gut. Sören Azubi. Hier mit einem Shiny Evoli. Die Stefan Landeier hat uns gezeigt, wie das dann aussah, wenn man am CD gespielt hat. Immer verschiedene Sachen aktiviert hat. Immer wenn was ausgelaufen war, ist das aber nicht weggegangen, sondern ist einfach da geblieben. Man hat was Neues aktiviert. So war der ganze Bildschirm irgendwann voll mit Glückseiern, Sternstücken und Rauchs. Dann aus seiner Gruppe, das ist nicht von ihm, aber aus seiner Gruppe hat einer wirklich permanent nur Shinies hintereinander gefangen. Vielleicht hat er einfach immer nur angetippt, wenn es Shiny war, gefangen, wenn nicht geflüchtet. So konnte man es natürlich auch machen. 14, 59, 15, 25, 25, 26, 28, 31, 31 nochmal. Also das ist auf jeden Fall heftig. Das hätte schon auch ein Schocker der Woche sein können. Fischi hier auch. Mein Shiny Azumarill, welches mal gebrütet habe, hat das genau dieselbe IV. Ich habe mich bestimmt verlesen, aber egal. Auf jeden Fall, Shiny Azumarill, Meryl, so. Sein Shiny Azumarill hat dieselbe IV wie das Meryl, was er jetzt aus der Pro-Battle League hat. So ist das gemein. Sehr schön. Dann auch Bobbos King mit dem 98er. Stefan Landei mit einem 100% Shiny Meryl. Aber glaube ich wieder nicht von ihm. Der Gaij, der ja noch zum Döner-Essen vorbeikommen möchte, wo ich auch mir dachte, Alter, der schickt mir auf einmal bei Instagram irgendwelche Sachen, als ob du Pokémon spielst, hat auch einen Shiny Afra bekommen. Und er hat mir gestern erklärt, er ist durch die Suströmming-Challenge, die der Ditschen geteilt hat, auf meinen Kanal aufmerksam geworden, hat dann gesehen, dass ich Pokémon spiele und fand das so interessant, dass er am 17.04. sich selbst auch einen Pokémon-Go-Account gemacht hat und seitdem Pokémon spielt. Das hätte ich nie gedacht von ihm. Ist jetzt Level 22. Wenn dann auch ein Vorbeikommen, wir warten extra, wir haben heute noch nichts gemacht, machen wir dann einen 5er-Raid. Nehmen ihn mal mit, dass er mal sieht, wie so ein 5er-Raid abläuft, weil alleine kann er ja keinen machen. Aber richtig coole Sache, finde ich auf jeden Fall. Gerade bei einem Tausch bekommen, beim Bockwurst ging noch ein 100er-Abra, Benjamin Engel mit einem Shiny Kabuto, was er auch weiterentwickelt hat. Es war mal wieder eins von deinem Budapest, Beste, war auch der Shiny-Eintrag. Hat er sich also gegönnt, Shiny Kabuto hat es dann in der Entwicklung, der Hannes mit einem Shiny Vollbeat, der Groh mit einem 100% Vollriegel, also Igelava, natürlich die Weiterentwicklung, Frank Behrendt, Shiny Meryl, Bockwurst King, 98er-WhatsApp, extrem Shiny Meryl, Frank Behrendt, Shiny Barschwa, vorbelastet Shiny Natu, zwei Shinies heute, denn er hat auch noch ein Shiny Vollbeat bekommen, Horst of Death, also der Kenny, wieder mal mit einem 100% Abra, dann der Kippen18 hat uns was gezeigt, der Helsinki-Troll hat die eine Million Fänge zusammen gemacht, abgeschlossen, wie viel Pokémon habt ihr bisher gefangen, wie weit seid ihr von der Million entfernt, er hat die eine Million geschafft und das war auch der Erste, der damals alle Shinies als Luckies im Pokédex registriert hatte, was erstmal krass klingt, aber gar nicht so krass ist, wie ich finde, denn der hat auch keine Shiny-Familien gesammelt, der hat also wirklich, wenn er einen Shiny hatte, das einfach durchentwickelt und damit war der Pokédex voll bei den Shinies. Ist also viel umständlicher, wenn ihr die Familien sammelt, als wenn ihr nur eins habt und das durchentwickelt, dann hat er die nicht auf der Hand gehabt, er hat also nicht von jedem Shiny das Lucky auf der Hand gehabt, sondern es war einfach nur, wenn der normale getauscht hat und die Lucky geworden sind, haben die ja auch dazu gezählt, auch wenn die nicht Shiny waren, wurde aber, wenn er auf den Shiny-Eintrag im Pokédex geht, ist der Hintergrund ja trotzdem Lucky gewesen, der hat also nicht wirklich das Shiny als Lucky gehabt, sondern der hat nur das Pokémon mal als Lucky gehabt und hat das Shiny entwickelt gehabt und schon hat er den Pokédex-Eintrag als Shiny Lucky gehabt und das bei allen Shinies, die es gab damals und deswegen wurde überall über den berichtet, aber so krass finde ich das gar nicht. Warum habe ich es denn überhaupt mit reingenommen? Keine Ahnung. Dann noch hier der Sly, natürlich mit einem 100% Shiny Meryl, aber ist er das zweite in der Sendung, deswegen kein Schocker. Kenny mit einem Feldforschungsdurchbruch, Shiny Alola Kokowai, Tobi mit einem Shiny Stolunior, Frank Behren, Shiny Volbeat, plus Shiny Yorklef, Bockwurstking, Shiny Mauzi, Brian mit einem Shiny Picochilla, Dacro mit einem 100% Alola Mauzi, plus 100% Shiki, jetzt hat er auch alle drei Starter auf 100%, hat er mir gesagt, Pokerfreak Red mit einem 100% Shiny Simsala vom C-Day mit Special Attacker, also das hätte eigentlich auch ein Schocker der Woche sein können, auf jeden Fall sehr coole Sache. Dennis Weigel richtig nice mit einem Shiny Alola Mauzi, plus einem 100% Abra, plus einem Shiny Evoli, plus Nummer drei, nicht aus der Aua, plus Shiny Taubsi und... das ist dasselbe, nur mit Bewertung dazu, egal. Dann haben wir direkt am ersten Tag Glücksfreunde, der Tim Johannes hat hier ein Shiny Lucky Praktibalk 98er, leider keine 15 Angriff, das wäre natürlich die Krönung und hier Tobias Weigel, ihr seht, das ist ein Fünfer-Ei, aber da ist einfach schon glitzert rum, heißt das jetzt, da kommt ein garantiertes Shiny aus dem Ei gebrüdet, das wäre natürlich richtig heftig. Tobias Weigel auch 100% Illumise, Shiny Sichlor beim Andreas Erdl, plus ein Shiny Wolbeat, plus ein 100% Barschwar, plus ein Shiny Illumise, Sören mit einem Shiny Wolbeat, Jultien mit einem Shiny Barschwar, einem Shiny Wolbeat, einem Shiny Alola Radbratz, einem Shiny Schanera, einem Shiny Barschwar, schon wieder, einem Shiny Alola Mauzi, also das hört gar nicht mehr auf, einer blonden Luise, also wieder ein Shiny Illumise, Blonde Luise, Shiny Luise, Shiny Illumise, Sören Azubi dann mit einem 98er Glücks-Shiny Simsala, ich weiß nicht, wieso da 44 Abra steht, dann hat man ein Bild von einem richtig nice'n Dude, der hat so eine Frisur wie ich ungefähr, der hat da zwei Blätter an die Wand geklebt, hat sich dann noch vorgestellt, hat seinen Bauch, also seinen Brustkorb angemalt und sieht jetzt einfach aus wie ein Knopfhänser, das ist bestimmt das Thumbnail für das Video, Alex hoffe ich noch, eben aus der Quest bekommen, 100% Alola Mauzi, Dennis Weigel will ein Shiny Anton bekommen, Tobias Weigel, ein 0% Taubsi, wahrscheinlich aus der Spotlight-Stunde, guten Morgen alle zusammen, gestern Abend Ausbeute auf dem kleinen Account und gerade eben auf dem Hauptaccount, Frank Bären mit drei Shiny Taubsis und die sind auch wirklich alle aus der Spotlight-Stunde, die haben nämlich alle noch einen blauen Hintergrund, Shiny Schuppelt gab es also auch, der Sören zeigt uns noch, scheiß Corona, gehen wir Bier kaufen, fuck Mundschutz vergessen, wieder zurück, also wer kennt das nicht, dann haben wir Rates gemacht, dass Darkrai jetzt eben da war und auch Fan-Rates möglich sind, der Tobi hat abgesagt, hat sich ein Shiny Darkrai gegönnt, bei mir war es dann das sechste, der sechste Darkrai-Rate, wo ich meinen Shiny bekommen habe, habe er damals das Shiny Darkrai verpasst, jetzt kam es also, habe ich also auch, kann ich es wieder langsam angehen lassen, der Andreas Erdl noch ein Shiny Nagelotz hinterher, Sören mit einem 100% Darkrai, das fehlt aber auf jeden Fall noch, ich glaube, ich habe aber einen 96er, wenn nicht, ziehe ich das irgendwann mal hoch, Tobi nochmal, was man nicht alles findet, Shiny Rauki, Nebels mit einem Shiny Smogon in Hibo gefangen, Kenny hier mit einem 100% Glücks, Riolu, was auch richtig heftig ist, bestes Pokémon einfach nur, richtig coole Sache und günstig zum hochziehen, Nebels mit einem 100% Sengu, Dacro mit einem 100% Kirlia und Dacro mit einem, was ist das, auf jeden Fall mit einem Shiny Mewtwo, was er jetzt schon aus der Spezialforschung hat, diese Nostalgieforschung, die für einige schon bereitgestellt war, aber der Rest der Menschheit bekommt das alles am 1. Mai, also am 1. Mai gönnt euch die Spezialforschung und am Ende gibt es ein Mewtwo, was Shiny sein kann, bei ihm war es Shiny, es hat auch die Attacke Psycho-Stoß, auf die der Benjamin so abgeht, hat er hier auch mitgenommen, ich, Ne, Benni, dann auch Shiny Darkrai, im dritten Raid oder so, hat er glaube ich geschrieben, im dritten Raid, Thomas Speck, 100% Ilumise, 100% Erlöses, Morabel, 100% Garados, Sven, Jo, gönn dir mein Shiny Ilumise, hat mir da noch was geschickt, habe ich dir das Shiny Ilumise noch mit reingenommen, auch so im Fangbildschirm, weil das einfach cooler aussah, dann auch der Dragonite mit einem 100% Darkrai, also da werde ich schon neidisch, das würde ich natürlich auch gern haben, plus Shiny Ponida, plus Shiny Lapras, das waren jetzt also die Highlights der Woche und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Dragonite, das ist zwar nicht selbst von ihm, aber aus seiner Gruppe, wir hatten vorhin ja schon das 100%ige Glücks Riolu und das ist das 100%ige Shiny Glücks Riolu, das ist also noch cooler, weil das eben gelb ist, eigentlich selten ist, ein nützliches Pokémon, günstig zum Hochziehen, was will man bitteschön mehr? 100% Shiny Glücks Riolu auf dein Nacken, Bruder. Das vom Dragonite, beziehungsweise aus seiner Gruppe, das waren jetzt glaube ich auch die Highlights der Woche und der Schocker der Woche, ihr seht nach der Eskapade letzte Woche jetzt wieder ein normaler Schocker, so muss es gehen, der Geitsch kommt auf jeden Fall da noch, ich muss noch fix das Video schneiden, dass ich das heute noch rausballere, abends muss ich dann wieder das NHR Battle bewerten. Wer da Bock hat, kann ja auch mal vorbeischauen auf dem NHR Battle-Kanal bei YouTube, da geht es halt um Battle-Musik, um Rap-Musik, sonst was, wen das interessiert. Ansonsten lade ich jetzt gleich die Raider-Bittwoch-Folge hoch und nachher gibt es noch den Döner-Shake und ein und das andere Bier und Pfeffi und Kräuterlikör und ich trinke gleich durch. Auf jeden Fall habt eine gute Woche, viel Spaß euch natürlich noch, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann wieder Peace out, Vorhaut, euer Ramses.